Herzlich Willkommen in Honigswalk. Wir sind heute mit dem Schiff hier. Es ist ziemlich viel los, liegen auch ein paar andere Schiffe hier mit uns und ich möchte heute mal zum Nordkap. Zumindest ist das der Plan, aber ein bisschen anders als sonst. Sonst fahre ich mit dem Bus dorthin und heute habe ich den Plan mit euch zum Nordkap zu gehen. Ich weiß nicht genau, ob es funktionieren wird. Es ist zur Zeit der Mitternachtsonne, das heißt dunkel wird es nicht. Jetzt ist es 18 Uhr und mal sehen, wie weit wir kommen. Also ganz viel Spaß bei dieser Wandertour in Richtung Nordkap. Heute bin ich in Begleitung von einem Kollegen. Alleine würde ich das auch nicht unbedingt machen. Diese rund 34 Kilometer gerade noch eingekauft im Supermarkt. Bisschen Turfies, also Trockenfisch, bisschen Knäckebrot, bisschen Quicklunch. Genau diese norwegischen Snacks habe ich dabei. Und jetzt geht es mal los. Wir sind hier auf der Insel Makere unterwegs, denn tatsächlich das Nordkap liegt ja nicht auf dem europäischen Festland, sondern eben auf einer Insel. Es gibt einen Baum hier, der wird dann auch gleich als der dicke Urwald bezeichnet. Und ansonsten haben wir hier halt Hügel, ja felsige Landschaft. Sechs Kilometer liegen in etwa schon hinter uns. Es ist heute auch gar nicht so kalt, bisschen windig vielleicht, aber ansonsten ganz angenehm. Wir waren jetzt die ganze Zeit an der Straße dort entlang und jetzt kann man hier mal einen kleinen Shortcut nehmen, eine kleine Abkürzung. Und ja, leider hat es auch angefangen zu regnen, aber macht nix. Dicke Unterwäsche an und eine Flasche Wein trage ich auch noch mit mir rum. Ich hatte mir die Strecke gar nicht so schön vorgestellt, kannte das ja, bin oft mit dem Bus hier schon hochgefahren in Richtung Nordkap. Und ich dachte, dann bekommt man nur die Abgase der Busse und der Wohnmobile hier entgegen geblasen. Aber das ist gar nicht so. Es waren zwar einige Busse hier hoch, aber eben gar nicht so in der hohen Taktung, wie ich das befürchtet hatte. Viel los ist hier wirklich nicht. Honningsvork ist nun mal der mit Abstand größte Ort hier auf der Insel Margereu mit so 2500 Einwohnern. Dann gibt es noch Jeswer, auch ein kleiner Fischerort. Und das war es eigentlich schon mit den größeren Ortschaften. Also ich würde jetzt mal so tippen, dass hier vielleicht maximal auf der Insel 3500 Menschen leben, wenn überhaupt. Rentiere haben wir noch keine gesehen. Die werden typischerweise in den Sommermonaten von den Sami-Rentierzüchtern hier hingebracht auf die Insel Margereu. Margereu ist nun mal die magere Insel. Aber die Rentiere, die finden hier die flechten und können sich von denen ernähren. Und deswegen kann es auch durchaus sein, dass man, wenn man so im Hochsommer hier ist, wenn man so im Juli hier ist, dass man denen sogar in Honningsvork beim Supermarkt begegnet. Oder zumindest auf dem Schulhof. Oder vor der Telefonzelle. Es ist mittlerweile halb zehn und immer noch richtig hell. Und es wird ja auch nicht dunkel. Erst wieder Ende Juli. Also in knapp zwei Monaten. Ein bisschen ungemütlich wird es jetzt doch. Die Straße, die führt hier beständig bergauf. Kann ja schlecht sagen, auf wie viel Höhenmetern wir sind. Aber es zieht ordentlich. Und ja, Regen ist jetzt auch noch dazu gekommen. Aber egal. Macht wirklich Spaß. Ich bin hochmotiviert, heute noch das Nordkap mit euch zu erreichen. Ist auch gar nicht mehr weit. Zu Fuß zum Nordkap. Schwachstensidee. Muss ein Norweger sein. Kann gar nicht mehr reden. So eingefroren ist gerade mein Gesicht. Aber hier hat man dann einen schönen Blick tatsächlich auf seine Fjord-ähnliche Einbuchtung. Also ganz wichtiger Snack hier bei so Touren ist für mich mal der Turfisk Trockenfisch. Den habe ich schon gerochen. Da, als wir in Honningsvork ankamen, da sind ja so Holzgestelle. Da wird der Kabeljau dort zum Trocknen aufgehangen. Typischerweise so für zwei, drei Monate. Natürlich dann, wenn es kalt ist. Wenn es warm ist, dann würde es ja noch mehr stinken. Und Köstlichkeit hier zum Knabbern zwischendurch. Also Turfisk. Guten Appetit. Unglaublich. Aber wir haben es geschafft. Nordkap Eingangshalle. Aber wir haben ein bisschen geschummelt. Und wieso? Das seht ihr jetzt. She can sing. Oh, no singing. Just talking. Just talking. No, no, no. Wir hatten da unsere Pause gemacht und es war ziemlich zugig. Konnte gar nicht mehr meine Hände bewegen. Schuhe zu machen ging nicht mehr. Handschuhe anziehen ging nicht mehr. Naja, und dann haben wir trotzdem gesagt, komm weiter geht's. Wieder Tempo aufgenommen. Hab die Kamera auch gar nicht mehr ausgepackt, weil es so kalt einfach nur war. Naja, und plötzlich hielt eben dieser Bus mit lauter Crewmitgliedern. In dem Fall von der Mein Schiff. Und ich bin heute mit Aida hier. Oder wir sind heute mit Aida hier. Ja, und dann hat er uns aufgesammelt. Und er sagte auch, er arbeitet sonst fürs Rescue Team. Das war dann ja ganz passend. Ja, und so haben wir jetzt ein bisschen geschummelt. Und es ist so 11 Uhr und wir kommen am Nordkap an. Hier vorne bei der Station, da muss man dann eigentlich was zahlen. 31 Euro sind's. Aber er sagte, for crazy people like you. Für verrückte Leute wie euch mache ich eine Ausnahme. Und dann hat er uns den Nordkap-Sticker gegeben. Hinter mir seht ihr die Nordkap-Kugel. Ja, der vermeintlich nördlichste Punkt Europas. Den betreten wir ja hier. Was ja nicht ganz so richtig ist. Das waren ja frühere Reisende und Entdecker, die dann nun mal angaben oder dachten sie seien am nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes gelandet. Das war zum Beispiel der Richard Chancellor, britischer Entdecker und Abenteurer, Seefahrer. Der war auf der Suche nach der Nord-Ost-Passage nach China. Die fand er ja nicht, Mitte des 16. Jahrhunderts. Aber er dachte eben, er hätte den nördlichsten Punkt Europas hier umsegelt. Aber wir befinden uns ja hier nicht auf dem europäischen Festland, sondern auf der Insel Magere. Andere nördlichere Inseln gibt es, Spitzbergen zum Beispiel. Aber das tat dann diesem Nordkap-Tourismus keinen Abbruch. So, der Moment der Wahrheit. Wir sind in der Nordkap-Halle. Und Turfies darf man ja normalerweise nicht in irgendwelche Gebäuden öffnen. Aber wir versuchen es mal. Und noch das größte rausgefischt. Na gut, so wohl. Ich meine, guten Appetit. In der Nordkap-Halle kann man sich dann auch stundenlang eigentlich aufhalten. Es gibt Souvenirläden. Und jetzt bin ich mit euch mal gerade in einem unterirdischen Gang hier unterwegs. Könnt ihr euch noch hier ein Thai-Museum anschauen oder Sekt in der Grottenbar trinken. Und auch so ein paar Ausstellungskästen hier euch anschauen. Wenn euch nichts anderes einfällt, dann könnt ihr auch in der nördlichsten Kapelle Europas, vermeintlich nördlichsten Kapelle Europas, euch trauen lassen. Und den Panorama-Film, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen unten im Untergeschoss. Dauert so vielleicht 20 Minuten. Es ist kuschelig warm da drin. Und man sieht einen Film über die unterschiedlichen Jahreszeiten am Nordkap. So, zurück geht's jetzt aber bequem mit dem Bustransfer vom Schiff. Wir sind zurück. Ja, der Bustransfer war natürlich die sehr bequeme Variante. 45 Minuten hat es gedauert. Und ihr glaubt es vielleicht nicht, aber es ist wirklich 2 Uhr nachts. Es ist hell, aber ich bin langsam doch ein bisschen müde. Und deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Expedition, hätte ich fast schon gesagt, dieser kleine Ausflug gefallen in Richtung Nordkap. Und ja, dann freue ich mich schon auf unser nächstes Abenteuer. Auf hoffentlich ganz bald. Eure Silvia Sonntag.